und willkommen zurück oh mein gott so wir müssen das geheimnis finden ich hab ne idee wir können ja nicht viel machen also müssen wir zum schiff jetzt habe ich schon in den dschungel zum pompösen schiff zurück gut hier oben kommen wir nicht weiter aber wir können auch noch zum bruder wie wir gerade sein wir können noch zum bruder dann ist doch der hängen gäste da ich glaube ich da ist er ich habe ihn mit nur meinen dachten hallo wieder wieder wieder? ich weiß nicht, ich erinnere mich, ich erinnere mich wie dein oh mein Fehler, wir sehen uns später warte, 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 vielleicht kannst du mir eine Hand geben ich bin ein bisschen gefeiert Okay, ähm. Du hast auch Notizbuch da, ne? Okay. Okay, der neue Schroder. Der neue Schroder. Der neue Schroder. Was war er denn? Reising Star? Diamond in the rough? Ein nutzloser Klobs. Ein nutzloser Klobs. Sehr, sehr, sehr schön. Okay. Okay, vielleicht kriegt er aber nicht die Schleifen. Ich habe ein Metaphor oder zwei in meinem Tag. Well, ich bin in ein paar Pläten. Zum Beispiel, was mit Worms? Hmm. Hier. Oh, ja. Das könnte funktionieren. Okay, dann. Ich brauche auch eine Idee für etwas, das wächst. Was wächst denn? Oh. Kroll. What does that mean? I think that fits. How about a rhyme for black? Hmm. Hmm. Kayak? Anorak? Brak? Fanatic. Fanatic? Yeah. I could go in there. I don't think I'd have come up with that on my own. Thanks a lot. I was a bit underwater there, but I think at least I can call the first volume wrapped up now. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Okay. Ja, wir haben den Blut. I've got a friend who edits a paper. He might be interested in your poetry. That was fantastic. But I'm a little inconvenience to the moment. You know, stuck on the rudder and all that. Maybe you could show my work to your editor friend. I'd be happy to do that. Ooh. And, uh, let's just keep this a secret between us, if you don't mind. Hm? Mum's the word until they're announced. Sure. Would have another one? When do you think you might see your editor friend? Soon. Okay. Would you happen to know LeChuck's favorite food? I've got better things to do than watch that guy eat. Okay. Do you know if LeChuck has a theme song? Does a screaming of his enemies count? I doubt it. Then no. Did you ever think maybe you deserve to be left down here because you're a cruel bully with self-esteem issues? No. Okay. Do you know what? Are you leaving? Without helping me. When I get out of here, I'm gonna eat what little there is of your brain and use your broken ribs to pick my teeth. Oh, yeah. Das ist ja nicht. Ja, komm. Okay. Okay. Kommen Sie. Find ich irgendwie noch eine Karte? Ach, das war die Karte. Dann gehen wir weiter hin. So. Ich glaub jetzt... Hey, Partner. Partner. Ich bin Gullet. Wow. These are really bad poems. I see why Gullet was keeping them secret. Ist nicht nett. Gullet was keeping this under wraps. Can you use it to make a disguise? Twisting worms and twisting words. I can see why someone would want to keep this a secret. It's dribble. It's perfect. Okay. Was machen wir denn jetzt? Und jetzt? Use the first poem to activate the disguise and the last one to be yourself again. Fantastic. Thanks. Keep us looped in on your progress. Yep. Will do. Okay. Okay. Dann werden wir mal los. Komm back soon. Partner. Partner. Ja. So. 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 Ich hab' nicht gedacht, du warst auf einer Mock-Quest. Nicht seit meinen College-Dagen. Und dann war ich einfach experimentiert. Das ist nicht wichtig jetzt. So. 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 Uh-huh. Hm. Du siehst anders. Nimm niemanden an Bord, oder ich werde dich wieder schrauben. Es tut mir nicht viel, um die Spiegel zu kümmern, aber ich nehme was ich kann. Es ist LeChucks persönliche Diagnose. Ich hätte ihn nicht als der Typ für Selbstreflexion gelegt. Gut, gucken wir uns das mal an. Ähm. Ähm. Neue Tagebuch des Kellenschneider Kelly. Okay. Ähm. Wo ich doch derjenige war, der Kelly die Kille nicht geschnitten hat. Okay. Okay. Hm. Ich werde jeden Tag hineinschreiben. Okay. Hm. Das ist der 5. Juni. Zeitwerk geht wie im Flug. Wenn man Spaß hat. Okay. Okay. Plündern. Ähm. Brückte Zeit. Heute Abend. Okay. Mannschaft. Eigentlich ist es in Graipers Geschichte. Ich habe einen großen Kessel gespielt. Okay. Ich habe einen großen Kessel gespielt. Das Schiff klauen. Probier einen neuen Slogan. Plündert die zitternden Holzbeine. Das ist viel besser als mein letzter. Okay. Haben wir das. Gehen mal hoch, um es zu zerreißen und zu zerfetzen, damit es böser wirkt. Okay. Sehr geil. Eimer stauft immer dann auf. Beim Leben auf, wenn ich am wenigsten erwarte. Okay. Ah. An. Bereue den Tag, an dem ich mich vor Jahren zum ersten Mal mit ihm angelegt habe. Nachdem er die Hochzeit meiner wahren Liebe Elaine ruiniert hat. Okay. Beschlossen. Einen neuen Slogansöhne. Er schaudert die sieben Intermesser. Ohohoho. Ja. Okay. Boah. Wie viele Seiten sind hier drinnen. Das ist Logan heute. Abgedroschen. Okay. Okay. Ähm. Okay. Immer auf der Suche nach demselben Schatz wie ich. Okay. Hat mir Elaine gestohlen. Okay. Er bekommt viel bessere Presse als ich. Okay. Okay. Ist nur ein Ruhm der Piraterie interessiert. Ich lasse meinen Worten Paten folgen. Er redet nur. Okay. Mein Schiff ist viel besser als seins. Aha. Für einen neuen Slogan erschaudert meine blasphemischen Holzbeine. Okay. Alter. Ähm. Was ist denn? Steht hier nicht irgendwie ein Song? Ein Song noch drinnen? Ähm. Ich lache mich kaputt. Okay. Ich habe beschlossen mein Slogan in Streetport Fluch zu ändern. Kurze knapp. Okay. Ich werde mit dem wehleidigen kleinen Kartmacher darüber reden, sobald ich das Geheimnis gefunden habe. Okay. Millie Island. Aha. Ah, jetzt kommen wir langsam da. Jetzt ist das Ende. Habt mir gerade eine super Beleidigung ausgedacht. Hehe. Ich lache mich kaputt. Guybrush in den Tod geschickt. Okay. Heute wird gefeiert. Bezieht ihr mich selbst? Elaine, mein Beileid auszusprechen. Okay. Okay. Aha. Nice. Eine Slideshow von creepy Zombie-Güssen. Ich weiß, Art sollte dich holen, aber das ist zu weit. So. Haben wir jetzt noch irgendwas hier? Haben wir hier unten noch irgendwas? Ne? Ne? Eww. 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 Ich denke so. Ich bin da an sich voll geil an. Eww. Eww. Ich bekomme meine Distanz. Die Mütter sind mehr schrecklich, die die schwarzen. Gibt mir das Ei. Eww. 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 Aber wie wenn ich kein Essen habe, Du hast noch nie die größte Appreciaation für meine Talente gehabt. Du denkst, ich würde nur... ...Slinghash. Du bist Mist-Saphir-Rindy. Das ist ein bisschen lustig. Du bist der beste Kekke, den ich je kennengelernt habe. Ich wurde verabredet. Du ignoriert es laut. Geh raus aus meiner Galle. Okay, ich gehe. Du kookst für LeChuck. Hat er ein Lieblings-Tisch? Du hast mich nur gegründet. Du hast noch nie die größte Appreciaation für meine Talente gehabt. Du denkst, ich würde nur... ...Slinghash. Du bist der beste Hasch-Slinger, den ich je kennengelernt habe. Da, du hast es gerade gewonnen. Geh raus aus meiner Galle. Was war das lieblings-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch? Du bist der beste Chef I've ever known. Chef? Du kalt mich Chef. In all die years you've known me, you've never done that before. I don't know what happened while you were overboard, but I like this change in you. Uh, what was it you wanted to know about? LeChuck's favorite food. Well, that's easy. Tentacles with daisy sauce. Yuck! Don't blame me, it's not my favorite food. Are we almost to the part about the Triple Cross? Not quite. Tentacles with daisy sauce. Ah, a classic. Okay. Can you make me some tentacles with daisy sauce? Sorry, I'm all out of the main ingredient. Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Äh, Tietermelodie? Do you happen to know LeChucks theme song? I don't know. Flair's the composer. I think she's on deck duty right now. No. I mean, yes. Uh, sure she is. Well, I've got work to do. Okay, also müssen wir Tentacles holen. So. Oh, wir müssen jetzt irgendwie noch den Song rauskriegen. Weißt du das. Hey, Bob. Hey, Gullet. You smell cleaner than usual. Thanks. Does LeChuck have a theme song? I'm planning a surprise. Surprising LeChuck doesn't sound like a good idea. But he did say something recently about having a theme composed. I don't know if it was ever finished. I'd still like to hear LeChuck's theme song. Well, like I said, I think he was having one composed, but I don't know anything else about it. Oh, yeah. See ya. Go on, ob er ins Krednis. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. It's much like... I wouldn't want to wake him up. Hey, I can see all the way to the giant monkey head. Madison, Lila, and Trent are all talking. They look happy. Planning what to do when they're finished with me, no doubt. Well, I'll have the last laugh. Okay, um... Let's see. Ähm, ich hab doch hier so'n Questbuch. Bagaii auf dem Siegel von Brother und Bruder hält ein Cracker, ein Essat und ein Schwert... Ich weiß grad nicht, was ich damit machen soll. Hm. Okay. Eeeh, Devilcrabs like limbs, apparently. Ich denke, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Können wir... Wir können doch garantiert irgendwie... Ich bin ja nicht irgendwie so'n Tentakelviech. Da muss ich dazu und bleib... Nein. Aaaah. Hey, ich möchte einfach wieder nach unten. Okay. Liegt ihr noch am Strand? Okay. Okay. Kann ich grad hier mit dem Messer machen. Okay. Hätten wir das. So. Dann brauchen wir Gänseblümchen noch, ne? Ähm. Aber ich hab keine Gänseblümchen gesehen. Kann ich vielleicht am Treibholz was abschneiden. Nö. Nö. So. Einfach hoch mit dir. Dann nochmal in die Kombüse. Twisting Worms and twisting Worms. Döp, 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 döp. In die Kombüse. So, was haben wir denn hier? Könnt ihr Tentakelviech mit Daisy-Sauce machen, mit dem? Bäh. Das ist ein schönes. Ich habe es für dich in einem GIF. Bon Appetit. Das ist es? Sometimes simple ist das Beste. So. Hätten wir das. Ist der schon abgehakt? Achso, wir brauchen hier mehr. Slogan haben wir schon. Essen. Leer. Wie kommt die Schuhe? Die Musik ist fertig. Ich habe es jetzt nur gekocht. Geh zurück und gucke das Schiff, wie ich dir gesagt habe. Die macht gerade den Song fertig. Einmal klingeln, mal versammeln. Einmal klingeln, mal versammeln. Einmal klingeln, mal versammeln. Einmal klingeln. Einmal klingeln, mal versammeln. Ich liebe nicht, dass ich mich interrumpfiert bin. Ich weiß nicht. Das ist jetzt sick, huh? Es ist die theme music, Flare war es. Es war die Musik, Flare war es. Okay, die sind weg. Jetzt habe ich alles. Ich habe den Slogan, ich habe die Musik. Ich habe den Titel. Ich glaube, ich muss jetzt zum Affenkopf. So. So. Gut. Gut. Und, aber ich würde jetzt das schon mal sagen. Mit der Melodie. Machen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.